Orega, oreni, on demand, schreien du da! Er hat diese Rubrik, die ihr ja wahrscheinlich immer herbeisehend, ein bisschen gestrauchelt, aber es geht weiter, ich habe das ein oder andere Game gefunden, das heißt, in nächster Zeit gibt es wieder ein bisschen Nachschub, was das angeht und wir fangen heute an mit einem Game namens Error number 53, Cannot Find Title steht hier noch gerade in dem Launcher, ich wollte normalerweise vorher ein anderes Game spielen, aber ich habe mir nochmal die Beschreibung durchgelesen und ich würde sagen, das machen wir mal zusammen, dann werdet ihr bestimmt merken, warum ich ziemlich interessiert in diesem Game bin. Description Do not be fooled by its gameplay at the start. As time goes on, the curse will cause all kind of bugs, glitches and horror. Originally, this game was an untitled RPG project in production by Zewworks. On its day of release to the public, many players complained about unknown glitches and errors. They also claimed to have recurring nightmares and anxiety due to playing the game. One particular player claimed that this game was cursed by an unknown force and stated, do not play. This game will give you mental risks. Six days after my 16-year-old brother played it, he murdered our house cat and other pets we once owned and said it was because of a mental breakdown after the game. Play at your own risk. Und wenn man sich mal die Screenshots hier anschaut, dann kann ich mir das beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen, aber wir gucken mal, wir haben Walk, Arrow, Keys, WASD, Standard, Run, Shift, Jump, Space, Show, Hide, Cursor, H, Pause, Escape, Attack, Left, Click. Okay, okay. Alles klar. Und auch hier im Launcher, wenn man das mal kurz anschaut, also das sieht nun wirklich nicht nach einem Horrorgamer aus, aber ich bin gespannt und würde sagen, dann spielen wir es mal auf eigenes Risiko, auf eigenes Risiko, äh, Window, jawohl. Machen wir mal Fastest. Ja, komm, Too Fast and Furious. Und in diesem Sinne, I report with my hands. Unity natürlich, oh, Moment, ich sehe gerade, ich muss ein bisschen, so, ich habe das jetzt besser. Okay, ich dachte schon, ein Nationalhymne oder so. Dann wollen wir mal, das sieht doch hier, das sieht doch nett aus. Hold Shift to Run, Objective Talk to the King. Machen wir das mal. Ich habe die Sound ziemlich laut. Ich mache mal H. Okay, alles klar. Ah, nee, das muss ich ein bisschen leiser machen, sonst soll ich mich kaum noch selber. Okay, so soll es eigentlich passen, okay. Ah, ich sehe schon, Alter, diese Maus-Sensitivity. So. Dann mal auf Richtung King. Was geht, Chef? Greetings, adventurer, we are in need of your help. The nasty old Jack and his henchmen keep sneaking into our castle at night to steal our gold. Okay. Please defeat Jack and his henchmen and get our gold back. Head east to the town, into the woods and you're sure... Okay, find him. Okay. Ich muss übrigens gerade hier mal die Setz-Sets so machen, obwohl ich einen Moment einfach ein bisschen leiser. Das ist wirklich unglaublich laut. So, okay, das passt. Ähm. So, was, wo? Tower east. Schauen wir mal. Das ist ja ziemlich uplifting. Ist das das richtige Game? Da steht da oben noch drin. Error number 53 cannot find title. Das sieht aber cool aus. Hat was. Self-shading, glaube ich, nennt man das ja so, ne? So ein bisschen Comic-Style. Also, hier ist der Tower, glaube ich, ne? Ja. Das sieht so aus. Moin, Chefs. Was geht? Alles klar? Ist ja hier, ne? Und auch nicht. Schauen wir mal hier hinten ab. Hier irgendwas. Ah, okay. Objection, follow the path and find Jack. Okay, machen wir. Come here, Chefs. Gotcha. Das ist ja easy. Ich schlage noch nicht mal richtig zu und die fallen schon um. Aber gut, okay. Seien wir recht sein. Umso leichter für... What? Okay, der nicht. Der hat sich ein bisschen geweigert. Alla, okay. Bock gehabt. Yeah. So will ich das sehen. So muss dat. Ist ja fast ein bisschen wie Left 4 Dead Cut. Also hier kein Blut, keine Gedärme oder irgendwas, was hier rumspritzt. Und die fallen viel zu früh um. Ah, wie gesagt, umso besser. Ah, gut. Das ist Respekt umso. Alles klar. Moment. Was war das gerade? Das sah nicht nett aus. Hat ein bisschen was für eine Erwachsenenunterhaltung gehabt, so wie ich das gerade gesehen habe. Aber gut. Ah, das sind wahrscheinlich die Errors von denen, da gefaselt wurde zu Beginn. Und auch in der Description. Oh, jetzt aber. Okay, einer nach dem... Okay, man kann die hier sehr schön, die Agro von den Kollegen ziehen. Agro Berlin. Komm her. Okay. Easy. Easy. This will be fun. Das wäre die WBS, wie ich so schön sage. Das werden wir sehen. So. Ich stelle einfach nur da so rum, oder was? Kollege Jack. Ah. Okay. Komm her, du. Komm her. What? Moment. Jetzt muss ich, glaube ich, den Sound höher machen. Jetzt kommen wir anscheinend zum Horror-Teil. Das ist gut, dass ich das so laut habe. Äh. Äh. Okay. Hä? What the... What the fuck? Will ich hier nochmal zurück? Ne, geht nicht. Musik ist auch weg. Ich kann einfach mal... Mir läuft gerade einen Rücken runter. Das gefällt mir nicht, weil ich sie da vorne sehe. Hallo? 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 Äh. Äh. Das ist aber ein Creep. Das ist aber extrem creepy. Ähm. Okay, gut. Bleib mal da stehen. Ist doch in Ordnung. Head back to the tower. Wow! South Harper 9-1-1. Wow! Okay, gut. Weiter geht's. Ich bleib mal schön auf... Ich bleib mal schön auf... auf dem Weg. Ich will gar nicht auf den Dialog achten, der da gerade im Hintergrund läuft. Ich bleib mal schön auf den Schrocken wegen meinem Schwert. Äh. Das ist nix gut. What the fuck? Moment. Jetzt habe ich... Ist das... Ist das geplant jetzt auch mit dem Schwert? Wahrscheinlich, ne? Das wird wahrscheinlich... Wahrscheinlich alles zum Game. Äh. Talk to the King. Talk to the King. Good. Dass das mal so leicht wäre. Moment. Wo war der Kollege? Das ist aber auch komisch, dass der Sound sofort anhält hier, ne? Sind die noch... Ne, die haben sich auch ein bisschen verändert anscheinend. Okay, der King ist auch da. Oh Gott, der Jumpske. Great work, adventure, you defeated Jack. Ja. ERA 553, unknown. Mhm. Okay, was? Ah. Please defeat Jack and his henchmen and get... Ja, genau dasselbe, ne? Your robot would be great. Okay. Da ist anscheinend jemand bei Twitter. Zumindest wenn ich das vom Hashtag ableite. Was ist... AAAAAAAA! AAAAAAAA! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Holy shit, wa... Oh Mann, ich hab hier in den Augen. Äh, was ist denn mit euch? Boah, ich hab Tränen in den Augen. WAH? Server ist ausgelastet, okay. Das glaub ich nicht zum Game. WAH! WAH! Untertitelung des ZDF, 2020